Hi, ich bin der Jan, Jan Liem, 35 Jahre alt und Schauspieler aus Köln, also ein richtig kölscher Junge durch und durch. Ja, was ist denn hier los? Ich freue mich hier sein zu dürfen, im schönen Lüneburg, denn ich bin der Neue im Cast der 23. Staffel. Also das wird eine ganz, eine ganz schöne Sache, sage ich euch. Mein lieber Scholli, leck mich in der Tasch. Ah, was ist das denn? Hi. Ja, und das ist meine Aguera, meine kleine Hündin, die mich auch hier nach Lüneburg begleiten durfte. Und das ist wahnsinnig toll, wie hundefreundlich die ganze Produktion ist. Und deswegen fühlen wir beide uns super wohl hier in Lüneburg und auch natürlich bei den Roten Rosen. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe, dass ich die Kleine hier einfach mitnehmen darf und alle sie so sehr ins Herz geschlossen haben. Das ist schon echt schön hier. Kurzer Funfact, ich liebe Eis. Eis geht immer, Eis geht über alles. Egal zu welcher Jahreszeit, zu welchen Wetterbedingungen. Oh, und wenn ich mir ein Eis hole, dann muss es immer eine Kugel Stratzer Teller sein. Aber, was für mich auch eine gute Eisdiele ausmacht, ist das Spaghetti-Eis. Also gut Spaghetti-Eis, damit kriegt man mich sehr leicht und eigentlich immer ruhig. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet, um herauszufinden, wen ich spielen darf. Ich freue mich auf super viele neue Menschen, die ich jetzt kennenlernen darf in der Zeit. Und natürlich auf euch, die Zuschauer da draußen. Ich freue mich auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020